Musik Ich habe etwas total Geniales, total Cooles für dich. Ich habe mein erstes Buch geschrieben. Und dieses Buch ist wie ein Schatzkästchen. Es sind verschiedene Edelsteine darin. Und das sind Edelsteine, die aus dem Wort Gottes genommen sind. Ich empfinde, dass oft Entmutigung nach uns greifen will. Herausfordernde Situationen, Schwierigkeiten, Nöte, Sorgen. Alles das will unser Leben so beeinträchtigen, dass wir entmutigt sind. Aber Gottes Strategie ist, uns zu ermutigen. Und so habe ich dieses Buch geschrieben, dass du diese Edelsteine nehmen kannst und sie in den Alltagssituationen wirklich benutzen kannst, um deinen Blick auf den Herrn festzuhalten. Damit du Vision bekommst, dass das, wodurch du gehst, nicht alles ist, sondern dass der Herr mitten da drin zu finden ist und dass du ermutigt wirst. Du bist ermutigt, durch diese Zeit hindurch zu gehen, durch die herausfordernden Situationen durchzugehen und festzuhalten an ihm. Du kannst dieses Buch, das den Titel trägt, Gott hat mehr für dich, das kannst du bei uns über die Webseite bestellen. Oder demnächst bei Amazon Kindle einfach auch auf einer breiteren Basis nutzen. Du kannst dieses Buch wunderbar verschenken. Es eignet sich zu verschenken an Personen, wo du auch weißt, sie gehen durch Schwierigkeiten, sie gehen durch Nöte, sie gehen durch Entmutigung. Und du kannst es als Geschenk weitergeben. Ich wünsche dir, dass das wirklich etwas ist, was dein Glaubensleben erweitert, was dich ermutigt und durch viele Situationen hindurch trägt. Gott hat mehr für dich. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!